Ja, so jetzt mache ich wieder mein Video und das ist die Endverlosung, also die Gewinner haben wir schon drinnen. Kommst du, Kapital Max? Schuggi? Ja? Hast du auch eine Hydra? Äh, ich glaube, ja, ich hab 21er nur, aber die ist kaputt. Ich hab eine Hydra mit 2.8, Schablitz. Hey, yo. Mal hier, 2.80er Blitzker, hab ich Skizze von der, mit der Energie, mein Freund also. Ich hab, ich hab eine 4.3 schon. Blitz. Hey, ich hab meine Skizze bei mir einfach gefunden. Weltraumpistole. Oh, ich hab fast alle Waffen. Alle Waffen, fast alle Waffen sind bei mir. Äh, Tana, du hast doch, ähm... Ja. Du hast auch was mit ihm. So, wie du das. Digga, was ist das? Digga, was ist das? Wie ist das? Komm rein. Komm rein. Will ich? Ja, geh mal hier an die andere Seite rein. Oi. Du bleibst draußen, du bist ja in deinem Juni. Äh. So. öl. Detachucker. Auf derun. War jung. Was ist das? Was ist das? ich habe das der hauptpreis der hauptpreis der hat irgendein scheiß machen in den freundlichen ich habe irgendwie Mühe gehabt Entschuldigung Geist untert Geist untert Geist untert Ok Panda Ja Ja Kannst du die Welt Community aufmachen Wo nur Leute reinkommen die Fairtrade Stimmt Ja das sind Oh das war Das wird's Wer Also da kommt nur Leute rein die du schon Also du bist du kennst Zum Beispiel du testest halt die Leute vorher Weil ich werde nur noch gescannt hier Ich bin so bald kann man keinem vertrauen Ich habe heute achtmal gestrehen Und achtmal wurde schon gescammt davon Meiner bist Ah warte Sag mir wenn du fertig bist Sag mir wenn du fertig bist Jaaaa Das ist aber wirklich alles Ich hab seinen Preis davon Ist das alles meins? Ja alles rein Oh mein Gott ihr labert doch Sehr schön Äh ich kann dich aufheben Ah ja ich bin voll wartet Hier Oh mein Gott alter ihr seid doch nicht mehr normal Was sehe ich an? Boah danke Ich schwör alles danke So Panda Deine ähm deine eine zwei eine zwei ähm Du 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 Komm rein Ich schleich mich hin und vernichte meine Gegner Bam Du Einen Moment ich bin gleich da ok? Ich bin gleich da Ist das ne Nocturno? Nein 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 Das war's Das war's Das war's Ok ich hab dich zu Warte 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 Ja 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 Sie dürfen ihren Preis abholen Sie dürfen ihren Preis abholen Hey du bist so verrückt ihr Panzer Ja danke So auf dieses Video möchte ich ein paar Paar Likes sehen Paar Likes sehen Und ein nettes Kommentar dazu Und das war's mit dem Video Und das war's mit dem Video